Ihr Schneid-Madel hat einen vermutlichen Suizid in Ihrer Wohnung gemeldet. Frau... Den Namen habe ich noch nicht verstanden. Schneid-Madel. Frau Schneid-Madel, war das? Schneid-Madel. Schneid-Madel. Frau Schneid-Madel. Schneid-Madel. Frau Schneid-Madel. Frau Schneid-Madel. Frau Schneid-Madel. Das ist doch die Schneid-Madel. Schneid-Madel. Frau Schneid-Madel dann. Genau, wo die... Das ist doch nicht auf jeden Fall der nächste Einzelne. Ab dafür. Achtung, wir picken mal. Achtung, der Name ist einfach zu blöd. Wie heißt Frau Schneid-Madel? Schneid-Madel. Sie lieben die Frau Schneid-Madel. Ja. Das tut mir leid. Bleibchen, bleibchen. Ich bleib, wir müssen das picken. Ernst, bleib, ernst. Ich bin ein Urlaub. Schneid-Madel, Schneid-Madel. Okay. So, das erschließt sich mir nicht wirklich. Sie lieben Ihre Nachbarin? Ungelaufen. Danke, Uda.